Für'n Shade brauchen wir noch ein EMF. EMF hab ich noch nicht probiert, also... OAH! Ich erschrecke mich mehr, wenn's Licht angeht, wie wenn's ausgeht, ey, wo da sitzt. Also 4,1 ist das niedrigste gewesen. Ist der im Flur oder im Raum? Junge, lass dieses scheiß Licht bitte. Also EMF-Reader technisch geht hier gar nix. Wir haben jetzt ne Kamera im Raum und im Flur. Okay, und Geisterbuch ist auch im Raum. In der Garage ist Licht an? War das vorhin schon an? Ja, waren zwei. Ich hab eins... Eins wird da unten hingelegt und ich hab eins wird hochgenommen. Das Licht in der Garage wart ihr das? Das kann ich gewesen sein, ja. Ja, Keller bin ich von Salenau noch. Ähm, ich leg noch Ding ins... Äh, oben rein. Ähm... Bewegungszentrum. Hast du grad den Rücken gebrauchen? Was warten? Guck mal wie der läuft. Guck mal wie der läuft. Guck mal wie der läuft. Ich auch, ich hab ihn auch gehört. Auf der Treppe war er und halt oben einfach irgendwo. Piro hat ihn auch gehört. Piro hat einfach mir laut ins Ohr gespehen. Im Schulzentrum. Vor Piro gewesen. Hahahaha. Hahahaha. Scheiß ihm, Aphri. Da bringt doch gar nichts. Sag mir bitte, dass du die Tür zugemacht hast. Ja. Danke. Außer die... Hä, warum ist denn Piro schon mit der Seite so hoch? Er macht halt nix die ganze Zeit. Er hockt ihm... In der Kamer... Und... Mit der Kamera. Stagnen. Also, super, ne? Hahaha. Ich mach nix dafür. Hat mir auch einen Nacken gehaucht, ja. Äh, EMF. Habt ihr. Haben wir oben. Ja, das liegt oben auf dem Tisch beim Buch. Aber das bringt gut. Saulam hab ich jetzt gerade mitgenommen. Aber aktuell hat er gar keinen Bock. Oh, Geister Orb! Könnt ihr einen tragen? Tragt's ein, Geister Orb. Hab ich doch den Kaff? Alter, der kam quasi schon. Hahaha. Ups. Hahahaha. 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 Gr� a español. Wir haben noch einfach ein Mittelhof gehört. Haben wir noch was aus unserer Gäste ab silent? Mhhh. Nah. Gleiser Buzzめて wurde nicht reingeschrieben, oder? Ne. Hast du zu geguckt? econko. War nichts zu entnehmen. also ich hau mir auf jeden fall eine pille jetzt rein ich werde mir noch gerne pille reinhauen ich nehme noch mal so ein räuchert ja ok alter macht es nie wieder ich schwöre es dir guckt mir einmal kurz aufs handy und dann hört man das war halt auch komische laussterke mark thomas du arschloch geisterbuch geisterbuch ich habe einfach nur das wiko geblasen can't run can't run englisch lehrer dem fall für ein schade brauchen wir noch ein emf leute leute habt ihr mir gerade wo seid ihr wo seid ihr alter ich habe gerade gedacht einer von euch hat mir wieder ins ohr geschrien alter schwede ich war gerade so versunken zu lesen was der schade macht auf einmal haucht es mir ins ohr und das emf ist ausgeschlagen des jahrtausends obwohl ich es nicht mal in der hand habe also der schade ist der schüchterne geist und der jura ist der aggressive geist eigentlich sind das die kompletten unterschiedlichen geister da es ist eigentlich ein ohr so ist es nicht dieses glühwürmchen jaja schon aber was soll es gibt wahrscheinlich noch 5 wir haben jetzt emf 4 aber wir hauen jetzt ab und nehmen einfach dann den emf 5 ok ok passt äh 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 ne guckt euch mal die fotos an ich ich weiß nicht was wir in den komischen fotografen haben kamen vorbauen wir noch die letzten fotos also ich sehe auch wieder mal auf dem knochen foto keine knochen ja ich auch nicht komm schon gib mir den shade 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 yes yes wir sind einfach die richtigen geisterjäger die die für den shade brauchen wir noch ne cambo mac imf habe ich noch nicht probiert oaaa ug SO sehr geehrter Zelz 요 carte hierwerten war gar nicht zeigen ראischer naja pco ich weiß ganz genau dass es es kö 120 ich weiß ganz genau dass es ist Ja, wir sind relativ gut, ist noch keiner gestorben. Achso, okay, doch. Ja, das war für uns die ganze Zeit. Ihr seid nicht dabei, wenn nur das eine Mal. Habt ihr das Waschbecken angemacht? Nein. Ja, hier, hier ist auch ein zwecksches Wasser. Oh, hier. Ich hab den Raum. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, das ist der Raum hier. Das ist der Raum, weil hier ist auch jetzt 8 Grad. Auf dem Klo hat's zwei... ...zwei... ...dings. Hat der Fotoapparat mit? Nö. Ich komme mit der Fotoapparat. Okay, mach das. Okay, wir haben uns nicht einmal in den Raum. Ich hol Kameras. Bist du da? Oh, Geisterbox. Ah, ich bin dumm, ich hab ein Geisterbuch. Ach man, ich vergesse es immer zu erzählen. Lass es einfach. Warum? Nein, er hat jetzt keinen Moment. Ich mach doch gar nichts. Ja, ich hab das in der Hand. Okay. Schreib ins Buch. So. Ja, hier ist so klein, ey. Kein Planer, wo die Kamera hin soll. In die Badewanne. Oh, nee. Das wollte ich da nicht hin hören. Probier mal, ob sie da hinten im Eck steht. Ich hörte aber gerne aus dem Wasser schlafen. Boah. Hä? Wurde mal wieder nur mir ins Orga House. Wie? Oh, EMF 4 hier an der Tür. Ja, hier an der Tür. Ich stehe jetzt innen an, doch. Ich hoffe, du wirst gekillt. Haben wir Bewegungssensor? Ja, einen haben wir. Ist auch schon ausgelöst. Geisterbuch wurde geschrieben. Also, wir haben jetzt Geisterbox und Geisterbuch. EMF ist immer so an der Schwelle. Jetzt ist es bei 3 im Waschbecken. Ich lasse es mal hier liegen und gehe das holen. Wer steht denn da gerade beim Geist? Ich will auch Geist sehen. Wo Geist? Der stand gerade in der Tür, äh, der stand gerade in der Tür, der Geist. Oh. Alle Aufgaben sind schon erfüllt, ne? Jetzt müssen wir nur auf den Geist drinnen. Wer traut sich alleine da drin zu bleiben? Für was? Der Geist reagiert nur auf Einzelpersonen. Äh, ich tapp mal kurz Szenity auf. Für was denn? Oh, Fingerabdruck. Oh, jawohl. Fingerabdruck, abhaken bitte. Okay, wir haben jetzt alle Beweise. Spirit. Haben wir alle? Jo, Spirit. Für was soll ich denn hier bleiben? Eine Kamera habe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Dann muss ich wieder rausgehen. Bringt mal eine Fotokamera mit. Gut, du darfst dich gerade opfern. Was muss denn noch fotografiert werden? Der Geist. Plus Fingerabdruck. Achso, okay, ja gut, dann Fingerabdrücke aber an der Tür. Die Lampe liegt oben parat. Die Fingerabdrücke waren an der Tür. Oh, ich dachte, ja, okay. Du warst so still. Haben wir jetzt alle eingetragen? Ja, wir haben alles. Wir können nach Hause gehen. Wenn es ein Spirit ist, hab ich alles. Jo. Fingerabdrücke, Geisterbox, besser Buch. Spirit. Junge, ich bin richtig am Geldfarmen. Willkommen zurück. Ich habe ein paar Jobs für dich vorbereitet. Nice. Alle sind richtig am Geldfarmen, außer Puro. Der gibt noch alles. Ja, ich bin richtig am Geldfarmen.